Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ah, ihr seid wieder da. Schön, dass ihr da seid. Also ich bin immer noch die Off-Stimme und ihr wartet sicher auf das zweite Video, das wir angekündigt haben. Alexandra hat uns eine Übersicht über das Leben und Wirken der Neubaren vorbereitet. Alexandra? Äh... Alexandra? Alexandra ist gerade noch sehr konzentriert. Aber ihr könnt ja mal sehen, was ich so vorbereite. Ja! Ja! Komm, 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 komm! Komm, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm, komm! Aufstimme! Aufstimme! Ich muss hier arbeiten! Pssst! Raus! Alle raus! Raus! Ja, ähm. Hey, du auch! Hey, also ihr seht, wir brauchen noch ein bisschen, aber wir sprühen nur so von Ideen. Deswegen schaut wieder rein und bis bald!